Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Und mal wieder ist die Gory dabei Und der Johnny Joke, hallöchen Soll ich Gory 98 sagen? 89 Nein, 89 Nein, sag einfach nur Gory Okay Die Zahl ist unwichtig Okay Ah, Geist Oh nein Ich laufe gerade um die Ecke Ui, Buu, das Spukgespenst Oh, ich bin geschlagen Das ging schnell Im wahrsten Sinne des Wortes Ja, okay Bei mir glitzert der Killer irgendwie komisch Er glitzert? Ja, wie ein Weihnachtsbaum Okay Also, er leuchtet halt so komisch Hm Also, wenn er Als hätte er sich nicht ganz transformiert Okay, merkwürdig Guten Tag Bauer mein Name Folgen Sie mir doch mal kurz In meinen Hinterhüfchen Boah, ich mag es, wenn sie mich so rapschen Was tust du da? Hm Also, ich habe gerade ganz viel Spaß mit einer Frau mit dreckigen Händen Die sind vollkommen menschlich und natürlich Sich gegenseitig zu helfen Ja 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 Oder sehen Sie dies anders? Manchmal Könnten Sie Ihre Gedanken weiterhin ausführen, damit wir auch verstehen, was Sie meinen? Nein Genau, in die Richtung ist der Geist Super Hm Ich habe Angst vor dem Geist Ja, ich auch Er ist bei mir Rettet die Frau Frauen und Kinder zuerst An den Haken Was? Ja Da sieht man, was ein Wort Nein, zwei Wörter Nein, drei Lernst du erst mal zählen Ja 1, 4, 3, 2, 5 Ich kann zählen Und das Einfallbild kann ich auch 4, 8, 2, 9 Ist ja alles dasselbe Ja, genau Und wir reparieren den Generator Ich weiß nicht, wieso ich singen will Böser Geist verfolgt mich So, Generator ist fertig Versteck mich jetzt in einen mageren Baum Beste Idee ever Er wird mich nicht finden Ähm, bist du, ähm Du weißt schon, dass du da gerade an einem Geist vorbeigelaufen bist? Nein, weiß ich nicht Auf deiner rechten Seite war ein Geist Okay Ja, und jetzt kommt der Wink hier zu uns Okay Oder auch nicht, oder? Ich weiß nicht, ich seh nix Mach den Generator, ich sag dir, wenn er zugekommt Ich steh schmiere Nee, warte, wie heißt das? Schmierwache? Nein Sagst du noch mal früher so ein Wort Äh Schmiere stehen? Was für ein Wort meinst du? You got it Okay Äh, du hast den Generator nicht fertig gemacht? Ich seh keinen Generator Du bist an dem vorbeigelaufen Jetzt steh ich an einem Generator Beobachtest du gerade jemand anderes? Den, wo ich gerade gemacht habe Da bist du vorbeigelaufen Okay Da hab ich dir gesagt, du bist an einem Geist vorbeigelaufen Aber ich bin hier gerade an einem anderen Generator Oh, aber der Geist ist hier auch irgendwo, glaube ich Oh, ja Ich sollte hier weg Okay, wir sterben Nein Nein, Frauen und Kinder zuerst einen Haken, bitte Nein Ich will nicht sterben Ich wollte dir helfen, aber was will die? Nein, sie will nicht Nicht so stöhnen, das geht doch nicht Oh, sorry Oh, nein Oh, sorry Toll Ich hab einer Ähm Die Hallstarkader Ähm Ein wenig abgeklemmt Okay Man Man sieht mich nicht Der sieht aber echt komisch aus mit seinem Glitzer Zeugs Einsatzkommando Impossible Is following you Und da hänge ich Wo ist er, ist er hinter dir? Ähm Ich habe keine Ahnung I believe I can rescue you I believe I don't will die Nein Ich hab einen Ich hab einen Toll, ich liege schon wieder Okay Ich hab dir geholfen Du kannst dich nicht beschweren Ja, ja Und ich hab dich nicht vor ihn gedrückt, nein Beschwer dich nicht Bla, bla, bla Unverschämfte Magst du mich nochmal retten? Ähm Nein Ähm Er ist bei mir Und er hat mich erwischt Oh nein Äh, ich bin gegen eine Alpha Wand drauf Cool Das Spiel ist so ausgereift Ja, total Ich glaube es kaum Nee, Punkt ist nicht Ich sterbe hier gerade Ich kann nichts tun Ich brauche ein Mediket Hilfe Ist niemand bei dir? Nein Hilfe Ich bin wieder Sekunde tot Ja, danke schön Na toll Ich hab dir Ja Ja Ähm Ähm Ich hab so ein komisch neues Item Was für ein Item? Ich hab Schlüssel Oh Cool Was mach ich damit jetzt? Ich habe keine Ahnung Kann ich hier vielleicht den Boden aufschließen? Und mich rauskeleportieren? Kann es nicht Zaubertrank sein? Hier ist ein Brett runtergefallen Dieses Brett hier Ähm Aber guck dir das an, wie ich laufe Ja, ich seh's Guck mal Siehst du den Schlüssel? Ja, ich seh' ihn Das hat Ich wäre viel dankbarer für eine Pistole Boah, das wäre cool, wenn es sowas geben würde Bei dir ist 13 Ja, ich freu mich so sehr auf das Spiel Wobei, da hat das Gewehr ja auch irgendwie nur eine Kugel oder so Ja, aber Ja, wenn du daneben schießt, ist scheiße Eine ist besser als keine Das stimmt Ich beschwere dich mal nicht Ja, ja, ist ja gut Und ein Taschenmesser wäre auch besser Warte, kann ich Geht das am Ausgang? Ich weiß nicht Probier mal aus Oder muss man an der Luke gehen? Ich glaube, das geht an der Luke Dass man die nach der Jetzt aufmachen könnte Das ist auch möglich Aber ich weiß nicht, wo die ist Ich will nicht kommen Ich bin der letzte Überlebende Nein, ich bin nicht der letzte Überlebende Da, wenn du die Luke siehst Du schaust mir zu, oder? Ja, ja, ich schau dir zu Ich halte die Augen offen So ein eisernes Ding am Boden Ja, ich weiß, wie die Luke aussieht Wir lieben dich, du Luke Du Luke, du Luke Oh, ein Totem Ich will's nicht haben Lass mich leben Ich will auch nur eine Luke finden Hm Ausgang Kann ich nichts machen Schade Das wäre echt cool gewesen Wenn du den jetzt aufschließen könntest Wie cool wäre es, wenn ich die Luke finden würde Ich Kann der bitte aufgehangen werden? Ich will doch nur Du bist ja echt gut getarnt, wenn du so in der Hocke bist Weil deine Jacke irgendwie die gleiche Farbe hat wie die Luke Aber ich denke, dass der Killer das trotzdem zu sehen wird Quatsch, man sieht dich gar nicht Also ich denke, wenn ich... Warte Wenn ich so... Oh fuck Der Killer ist hier in der Nähe Gut Warum kriegt der nicht zu mir? Der Killer ist in die Richtung Ah, guck die Kamera an Wie smooth die Oh wow, das ist total toll Ja, ich... Ich will lieber leben Ich will den Schlüssel mitnehmen Warum hängt der denn nicht auf? Oh nein, stimmt ja Es gibt ja das Update Welches Update? Ähm, wenn ich zu lange in diesem Kasten drin hocken bleibe Wird ein Krähen über mir fliegen Ah Weil ich als Camper dann gezeichnet werde Das ist natürlich mies Hm Hieß du Lars? Ja Lass mich in Ruhe Krähen Ach, verdammt Ich wollte noch den schönen Schlüssel mitnehmen, aber nee Nee Na toll, das ist hinter mir Awesome Oh, scheiße Bist du ein Brett? Nee Ich nämlich nichts Nee, da ist keins Awesome Ja, schade Ja, warum hat er den nicht aufgehangen? Ja, wahrscheinlich extra Hast du das outgehört? Nee, was denn? Bei mir hat sich so angehört, als würden drei Leute gleichzeitig diesen... Drei, ähm, machen Okay Okay Hä? Nein, ich hab den Schlüssel gefunden Ja, den verlierst du jetzt Ich will ihn mitnehmen Ich wollte doch nur den Schlüssel mitnehmen Deshalb wollte ich eigentlich den anderen Opfern Ja Ironie des Schicksals Ich hab's nicht anders verdient Ich hab mit Gauri hängen lassen Ja Ich habe Toki hängen lassen Und ich habe mit mir den Tod von Lunez Lunez? Lunez? Schade Traurig Aber war... Jetzt ist die Luke offen Ja Jetzt ist ja auch nur noch einer da Ich hab die Luke gefunden Und ich habe mich getarnt Also bitte Ich hätte das verdient Ich hab jetzt genau 69... Warte Ja Achso, ich hätte gedacht, dass die rausgekommen wäre Ähm, ich hab jetzt genau 69.000 Lukepunkte Glückwunsch Vielen Dank Okay Ähm Das waren jetzt Rund Elf Minuten Ich denke, wir hängen da nichts mehr hinten dran, oder? Nö, nö Das lassen wir mal so Dann wird sie jetzt Gauri Die... Nein Somit wird sie jetzt Gauri Die Perfekte Verabschieden Was? Okay Äh, wenn du das sagst, dann, äh Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao